Junderme Semikolon RG Wontorra TV-Sender Sky hat entschieden, die Fußball-Talkshow mit Jörg Wontorra in der kommenden Saison nicht mehr auszustrahlen. Ganz aus dem TV wird er sich aber nicht verabschieden. 350.000 Zuschauer schalteten am vergangenen Sonntag ein. Damit stellte die Fußball-Talkshow von Jörg Wontorra beim Sender Sky Sport News Hadi zwar einen neuen persönlichen Rekord auf. Doch das ist offenbar nicht genug. Wie Bild berichtet, wird die Sendung nach dieser Saison eingestellt. Ein Grund, den Rekord hatte Wontorra wohl vor allem den hochkarätigen Gästen dieser Folge, Bayerns Club Boskal Heinz Rummenigge sowie Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, zu verdanken. Und, die Konkurrenz-Sendung Doppelpass auf Sport1, die Wontorra früher moderierte, schauten zuletzt rund dreimal so viele Zuschauer. Ein Sky-Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur Sitz den Bericht und sagte, Wir werden aber die Zusammenarbeit mit Jörg Wontorra über den Sommer hinaus fortsetzen und suchen einen neues Format und einen neuen Sendeplatz. Komplett, wie nach seinem Aus als Moderator des Doppelpasses, wird sich Wontorra also nicht von den Bildschirmen verabschieden. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team